So, dann müsste ich wahrscheinlich unten lang gehen oder vielleicht müsste ich irgendwas finden, um das hier aufzubekommen. Weil drauf springen kann ich nicht. Oh nein. Und gleich weiter. Oh nein, wo sind wir jetzt? Oh nein, wo sind wir jetzt? Was soll ich denn halten? Balance? Ich weiß gar nicht mal, welche Taste ich drücken soll. Ich habe keine Ahnung. Kann ich auch weggehen? Ich möchte das gerne da hinten noch holen. Ich muss wahrscheinlich dann rauf, aber ich möchte das gerne hier noch bekommen. Ich muss das irgendwie zerstören. Scheint nicht. Nein. Da brauchen wir schon irgendwas. Aber was will ich da halten? Kann ich da irgendwie hoch? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier halten soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auch wenn der X steht, passiert da nichts. Bewegt sich das jetzt schneller? Nee. 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 ich muss hier was halten die frage was muss ich halten sie monat info verstehe auch gar nicht wie man das menü steuerte mit dem freitasten instellungen gibt es hier irgendwas steuern grafik auflösung vollbild ist eh tastatur lautstärke was gibt es in tastatur springen wuchtig springen space was passiert wenn ich was k drücke ich habe das jetzt gemacht moment mal da weiß ich ja wie ich das jetzt vielleicht aufkriege wenn ich mich mit wucht drauf haue das war die ganze steuerung wie er ist d und space und k das ist also wenn jemand alle anderen tasten ausgeschlagen hat dann kann man grace spielen boah man muss einfach jumpen und dann okay okay jetzt haben wir das auch eingesammelt na toll oh okay ich wurde nicht zurück geschleudert okay 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 das haben wir jetzt also gelernt kann ich das jetzt hier auch aufmachen nein gut gehen wir weiter ich glaube wir sind hier fertig oder so okay ich kann weitergehen so Vielleicht muss ich ja durch diesen Sturm. Oh, 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 ich sollte mal lieber noch die andere Gegend abchecken. Vielleicht findet man noch irgendwas Brauchbares, bevor man weiter runterstürzt. Vielleicht sollte ich doch nochmal drüben schauen, weil ich glaube, hier geht es eher weiter. Es kommt nämlich so vor, dass man, wenn man geradeaus geht, immer nur zum Ziel rennt. Alter, alter. Vielleicht auch nicht. Oh Gott. Was sind wir denn jetzt? Ich vermute mal, dass wir irgend so ein weißes Ding wieder übersehen haben. Aber gut, das kann man ja auch nicht wissen. Wohin stürzen wir? In welchem Trauma befinden wir uns? Jetzt ist alles schwarz-weiß. Okay, hier geht es nicht weiter. Sind das wir? Das war unsere Vergangenheit wahrscheinlich. Was fliegt uns hinterher? Da sind welche Vögel? Ähm, wohin? Oh. Ähm, okay. Muss das so? Okay, ja. Wir werden wieder hochgebracht. Okay. Ähm. Okay, was auch immer das hier ist. Alter, das ist total verwirrend. Was ist das? Ist das irgendwie so ein Puzzle? Boah. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Danke. Einfach in eine Richtung. Okay, was ist das? Kann ich eigentlich wirklich alles hier damit zerstören fast? Also so das meiste. Kann ich auch die auch zerstören? Nein. Aber das hier kann ich. Ich mach das jetzt einfach. Warte mal. Okay, jetzt dreht sich ja alles. Na ja, ich weiß schon, Freunde. Dann muss ich da irgendwie hochkommen, wenn sich das Ding sehr praktisch dreht. Ah, hui. Hui, uiuiui. Nein. Boah. Okay. Muss ich hier weiter? Okay, ja, ich geh einfach mal hier weiter. Da oben ist wieder ein kleiner weiser Freund. Moment. Aber wie kommt man da hin? Ich tippe runter. Hm. Okay, man hätte auch unten lang gehen können. Hier wird man nach oben gebracht. Okay. So, man hätte auch von unten, oh. Man hätte auch von unten auch rauf gekonnt. Das wäre auch eine Alternative gewesen. Aber wieso komme ich denn hier nicht rauf? Jetzt können wir auf diese Seite hoch. Und wir haben's. Ja, das erwische ich hier nicht. Hm. Ähm. Jetzt. Ah, jetzt, ja. Das ist ein Banner. Ich warte jetzt mal. Und dann hier hoch. Okay. Wir müssen hoch zu diesem anderen weißen Freund. Okay. Das ist die Frage, wohin. Hier irgendwas? Hm. Ist ein bisschen tricky. Vielleicht in die andere Richtung? Wahrscheinlich ja, weil wir müssen ja hier noch die andere Brücke abschließen. Ja. So. Uiuiuiui. Uiuiui. Wir überqueren diese Brücken. Und jetzt werden uns wieder weitere Brücken geöffnet. Kann man hier hoch? Nein. Der Weg führt wieder zurück. Ich glaube in einem anderen Tunnel, oder? Okay. Ähm, hm. Ah, in der Mitte. Natürlich. Okay. Es bewegt sich ja auch alles. Die Frage ist noch, wohin... Oh Gott. Es ist alles so ein bisschen, ich sag mal so, unüberschaulich. Weil man sieht nicht genau, wohin man treten muss. Weil bei manchen Objekten fliegt man durch und bei manchen kann man nicht weiter. Alter. Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr hoch? Hä? Ich bin doch früher auch da hochgekommen. Und das ist doch auch früher, hä? Hä? Okay, und da fliegt man auch durch. Das ist interessant, das ist echt sehr interessant, was hier gerade passiert. Dann gehe ich mal hier lang, oder? Wo kommen wir denn hier jetzt wieder raus? Was wir dann kleinerweise erfreuen von uns. Ich frage es nur, wo kommt man da hin? Wir müssen irgendwas triggern, wahrscheinlich. Oh, okay. Nein. Hä? Hä? Dreimal probiert, alle dreimal fehlgeschlagen. Ja, ich glaube, ich komme da jetzt nicht mehr hin, ne? Oder? Ich muss das Ding lange runtergedrückt halten. Dann aber schnell. Ja. War knapp. Ähm. Wieder hoch. Vielleicht hätte ich... Ja, ich müsste aber auf den Ballon rauf. Hm. Wie geht's denn da? Wie geht's? War knapp.